Hey und hallo zusammen! Schön, dass ihr wieder zu einem weiteren Luminar Neo Tutorial auf meinem Kanal einschaltet. Mein Name ist Björn und da Halloween vor der Tür steht, habe ich mir gedacht, ich zeige euch heute mal eine komplette Bildbearbeitung von einem Schloss, das ich aus einem tristen Dasein in eine mystische Halloween-hafte Stimmung umfunktioniere. Ich hoffe, das Video gefällt euch und wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Das Schloss, das ihr hier seht, das ist Schloss Berlepsch in der Nähe von Witzenhausen und es ist wirklich zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert. Hin und wieder gibt es hier auch Ritterspiele, Ritterturniere, mittelalterlichen Markt. Einfach mal vielleicht bei Google nach Schloss Berlepsch suchen und dann werdet ihr sicherlich auch da einige Informationen zum Schloss finden. Das erste, was ich mit diesem Bild natürlich machen möchte, ich möchte erstmal eine Grundbearbeitung drüberlegen. Das mache ich über den Entwickeln Raw Filter. Hier möchte ich die Belichtung ein bisschen herabsetzen, die Lichter auch entsprechend runter und die Schatten etwas aufhellen. Das können wir so erst einmal stehen lassen. Schwarz-Weiß-Töne brauchen wir nicht und die Kurve, hier werden wir eine leichte Kontrastkurve anpassen. Das heißt, ich werde hier in den Schatten das Ganze etwas nach unten ziehen und in den Lichtern das Ganze nach oben. Jetzt haben wir hier so eine schöne S-Kurve und das verstärkt natürlich unseren Kontrast. Als nächstes gucken wir mal in der Farbe. Hier können wir mal beim Weißabgleich gucken. Das ist der Weißabgleich, wie er aus der Aufnahme rausgekommen ist. Wie sieht Tageslicht aus? Tageslicht wirkt meiner Meinung nach hier sogar etwas besser. Können wir Tageslicht eigentlich auch eingestellt lassen? Bewirkt? Ja, nee. Tageslicht gefällt mir hier deutlich besser. Dann können wir das Ganze auch noch nachschärfen. Hier nehmen wir einen moderateren Wert von 40. Den Radius können wir hier bei 50 stehen lassen und das maskieren bei 35. Rauschunterdrückung brauche ich hier nicht. Das Bild ist mit ISO 100 aufgenommen. Von daher können wir in der Optik jetzt noch die automatische Verzerrungskorrektur, die chromatischen Operationen korrigieren und Farbsäume entfernen. Einmal die Haken setzen. Und dann wären wir mit der Grundbearbeitung auch schon einmal durch. Ihr seht, das Bild hat gerade einen Moment gebraucht, bis es scharf dargestellt war. Das hat sich meiner Meinung nach auch ein bisschen gebessert, dass wir jetzt deutlich schneller die Bilder scharf gestellt bekommen. Das nächste, was ich machen möchte, ich möchte diesen weißen Himmel austauschen. Zwar soll das Ganze ja in Richtung Spukschloss gehen. Das heißt, ich brauche natürlich einen Nachthimmel. Und bei den Himmeln, die ich hier zur Auswahl habe, habe ich einen der vorgefertigten Himmel ausgewählt. Und zwar hier Galaxie 2. Die werden wir jetzt hier drüber legen. Und jetzt sieht das Ganze schon mal etwas anders aus. Jetzt müssen wir natürlich hier noch Anpassungen vornehmen, damit das dann auch richtig gut aussieht. Wir werden die Position des Horizonts etwas nach unten ziehen. Dafür müssen wir den Regler nach links bewegen. Sowas hier finde ich ganz gut. Die vertikale Position, auch die werden wir anpassen. Da müssen wir aber nicht ganz so stark reingehen. Das können wir ruhig etwas vorsichtiger anfassen. Horizontale Position, die werden wir so stehen lassen, wie sie ist. Und wenden wollen wir das Ganze auch nicht. Dann kommen wir zur Maske selber. Der Gesamteindruck, den werden wir jetzt hier nach oben ziehen. Und zwar auf den Wert 100. Die Lücken, die werden wir hier auch noch mal etwas nach oben ziehen. So einen Wert, ich würde sagen, um die 30 passt hier eigentlich ganz gut. Und die Details korrigieren, die werden wir auch noch mal so ein bisschen hochziehen. Da können wir einen Wert um die 40 einstellen. So, wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen. Hier sehen wir jetzt keine Sterne vorm Hintergrund. Hier irgendwo im Schloss. Das sieht gut aus. Jetzt haben wir natürlich eins. Das Schloss ist immer noch deutlich zu hell. Szene neu belichten. Damit können wir jetzt hier entsprechend arbeiten. Machen wir die Maske hier mal zu und auch die Himmelsausrichtung, dass wir hier nur die Szene neu belichten sehen. Stärke der Neubelichtung, das werden wir jetzt hier mal nach oben ziehen. Und dadurch wird das Bild jetzt natürlich dann auch etwas dunkler. Beziehungsweise das Schloss passt sich der Hintergrundbeleuchtung an. Wir nehmen hier mal einen mittleren Wert. Wenn wir das ändern wollen, können wir das im Nachhinein immer noch tun. Sättigung der Neubelichtung. Da würde ich sagen, das können wir ein ganz klein bisschen hochziehen. Nehmen wir mal hier so einen Mehrert um die 15. Und Menschen neu belichten wollen wir nicht. Auch wenn wir hier unten Menschen haben. Da gucken wir später, ob wir die weg machen oder ob wir sie drin lassen. Dann können wir es hier in den Neubelichten zumachen. Spiegeln wollen wir hier nichts. Wir haben keine Spiegelungen, kein Wasser, in dem sich irgendetwas spiegelt. Und dann haben wir noch die Himmelsanpassungen. Da haben wir die Möglichkeit, das Ganze hier, den Hintergrund auch noch mal unscharf zu maskieren. Brauchen wir nicht. Körnung brauchen wir nicht. Den atmosphärischen Nebel, den holen wir uns gleich anderweitig noch ins Bild. Die Farbtemperatur, die möchte ich aber hier noch etwas mehr ins Bläulichere haben. Und zwar ziemlich deutlich. Ich nehme hier so einen Wert um die 70 plus minus ein bisschen. Das gefällt mir so eigentlich ganz gut. Dann haben wir noch die Helligkeit. Jetzt ist eins passiert. Jetzt sehen wir hier doch ein paar Sterne. Das heißt, wir müssen doch noch mal hier in die Maske verfeinern. Und machen einfach eins. Wir gehen hier mit dem Wert ein ganz klein bisschen zurück. Das muss gar nicht viel sein. Es ist immer noch zu sehen. Gehen so weit zurück, bis wir hier keine Sterne mehr im Bild in der Wand zu sehen haben. Auch hier ist noch was. Wir müssen das Ganze also noch weiter zurückziehen. Gucken wir mal, wie das mit 50 aussieht. Und jetzt finde ich, sieht das deutlich besser aus. Ja, würde ich sagen, das sieht ganz gut aus. Hier sieht man noch so ein ganz klein bisschen. Gehen wir noch ein Ticken zurück. Gucken wir mal. Ja, ich finde, so können wir das Ganze stehen lassen. Keine Sterne mehr in den Wänden hier zu sehen. Und dann gehen wir wieder runter zur Himmelsanpassung. Farbtemperatur habe ich jetzt gerade nach links gezogen. Dadurch wird das Ganze etwas kühler. Und die Helligkeit werden wir nach links ziehen. Und dadurch wird das Ganze auch noch mal ein Ticken dunkler. Das sind jetzt die Anpassungen, die ich hier im Himmel AI machen wollte. Und der nächste Filter, der ist jetzt schon die Stimmung. Ich möchte nämlich hier mit Stimmung arbeiten. Und bei der Stimmung habe ich die Möglichkeit, verschiedene LATs anzuwenden. Und das Gute ist, ich kann mehrmals die Stimmung hier nutzen mit verschiedenen LATs. Und das werde ich jetzt auch machen. Die erste Stimmung oder die erste LAT, die ich anwenden möchte, die muss ich gerade mal gucken. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Da ist sie. Triton. Finde ich, gibt dem Bild noch mal eine ganz andere Wirkung. Vorher, nachher. Hier, ihr seht, wir sind jetzt wieder von den Farben nicht mehr so warm. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und hier möchte ich die Stärke, die Menge, also noch ein bisschen hochziehen. Dadurch wird das Ganze noch mal so ein bisschen kühler dargestellt. Und wir bekommen schon mal so langsam, aber sicher, diese mystische, diese Spuk-Schloss-Stimmung, die ich hier zeugen möchte. Wir können das Ganze hier so bei 50 stehen lassen. Gefällt mir aktuell ziemlich gut. Kontrast, auch den werde ich hochziehen auf einen mittleren Wert. Sowas hier in der Art gefällt mir sehr, sehr gut. Und die Sättigung, die werde ich jetzt hier für diese Stimmung runterziehen. Ihr seht, dadurch wird so ein bisschen der Hintergrund hinter dem Schloss noch mal aufgehellt. Achtet mal drauf. Ihr seht, was passiert. Wenn ich das hochziehe, kriege ich das alles etwas dunkler rund um das Schloss hin. Und wenn ich die Sättigung aber rausnehme, kriege ich hier etwas mehr Helligkeit hinter dem Schloss. So, das war die erste Anpassung. Auch ohne Maskierung, das lassen wir alles so. Ich mache den Filter zu und öffne ihn neu. Die nächste Latt, die ich nutzen möchte, das ist die Latt Venus. Die finde ich hier unten im Portrait-Look und sage, auch drüberlegen. Bei der Stimmung möchte ich jetzt hier die Menge nur auf den Wert 70 hochziehen. Und dadurch bekommt das Ganze jetzt noch mal so eine richtig dunkle, pläuliche Wirkung. Wir sind noch nicht fertig, keine Sorge. Das sieht hinterher deutlich besser aus, als es aktuell aussieht. Aber ich werde das Ganze so lassen. Stimmung einmal zu. Und wir nehmen noch eine dritte Latt dazu. Und das ist die Kodak Chrom-Latt. Die finde ich hier oben in den Kreativen. Und jetzt muss ich das Ganze noch mal hier etwas anders anpassen. Die Menge lasse ich bei 30. Den Kontrast lasse ich auch so stehen. Aber die Sättigung, die ziehe ich hier deutlich nach unten. So sieht das Ganze jetzt mit meinen drei verschiedenen Latt, die ich auf das Bild übergelegt habe, aus. Vor der Kodak Chrom, mit der Kodak Chrom. Meiner Meinung nach gibt das jetzt hier dem Ganzen schon die richtige Richtung. Ich mache die Stimmung zu und wir gucken uns einfach mal das Vorher, Nachher an. Das ist Vorher. Und jetzt sollte das Bild wieder rumspringen. Und das ist Nachher. Das sieht schon mal wirklich sehr, sehr interessant aus. Es ist jetzt natürlich extrem dunkel. Heißt, wir müssen jetzt dagegen wirken. Ich möchte aber vorher noch Atmosphäre reinbringen. Ich möchte das Ganze noch so ein bisschen mit Nebel verzieren. Auch hier das Gute. Ich kann den Nebel mehrfach nutzen. Und das werde ich auch machen. Wir bleiben als erstes bei Nebel. Nehmen hier eine deutliche Menge von, ja, um die 50 plus minus so ein bisschen. Die Tiefe gehen wir hoch auf 100 und bei der Belichtung, da gehen wir runter und machen hier einen niedrigen Wert raus. Der zweite Schritt, ich möchte das Ganze maskieren. Und zwar möchte ich in dem Falle nur das Schloss und den Hintergrund hier maskieren. Das heißt, ich nehme den Pinsel, nehme mir eine große Größe und dann male ich mir das Ganze jetzt hier nur in diesen Bereichen ein. Sowas hier in der Art schwebt mir da vor. Das gefällt mir ganz gut. Gucken wir uns das Ganze mal an. Und auch das Vorher, Nachher. Das gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Nochmal, Vorher, Nachher. Vielleicht muss ich hier nochmal drüber gehen. Ja, so würde ich sagen, können wir das hier erst einmal stehen lassen. Das ist die erste Atmosphäre mit dem Nebel. Und zwar geht es jetzt hier um den Himmel und das Schloss, um hier so ein bisschen Nebel aufzubauen. Ich mache das Ganze zu, nehme nochmal die Atmosphäre und sage jetzt hier geschichteter Nebel. Mit dem zweiten Nebel, dem geschichteten Nebel, werde ich jetzt eins machen. Ich möchte den Vordergrund ebenfalls mit Nebel versehen. Und hier mache ich eins. Ich ziehe das Ganze jetzt hier alle drei Werte mal auf 100. Auch hier wieder eine Maske, Pinsel drauf. Und dann male ich mir das Ganze jetzt hier ein. Sowas hier in der Art gefällt mir ganz gut. Dann gucken wir mal, wie das ausschaut. Auch hier mal das Vorher, Nachher. Und ich finde das eigentlich soweit schon ganz gut. Nochmal gerade gucken. Vorher, Nachher. Vielleicht sind wir hier ein bisschen zu stark drauf gegangen. Ich mache die Stärke hier mal etwas runter und radiere hier mal drüber. Ja, das könnte so ganz gut aussehen. So würde ich sagen, lassen wir das mal stehen. Machen auch diesen Filter noch einmal zu. Und werden das Ganze jetzt nochmal anwenden. Und zwar diesmal über das gesamte Bild. Auch hier wieder der geschichtete Nebel. Wir nehmen aber diesmal moderatere Werte. Irgend so was um die 50. Bei der Tiefe gehen wir aber auf den Wert 100. Und die Belichtung, die setze ich jetzt mal ganz weit runter. Und hier können wir das Ganze auf das gesamte Bild anwenden. Vorher, Nachher, finde ich, gibt dem Ganzen nochmal eine zusätzliche interessante, nebelhafte, spukische Stimmung. Spukig, okay. Naja, ein Spukschloss eben. So, das wären jetzt die drei Atmosphären, die ich auf das Bild anwende. Das nächste, das ist jetzt die Vignettierung. Und mit der Vignettierung möchte ich jetzt den Außenbereich des Bildes ebenfalls nochmal etwas aufhören, um so ein bisschen Nebelstimmung zu erzeugen. Das heißt, ich muss die Menge nicht nach links ziehen, sondern nach rechts. Nehme hier auch einen mittleren Wert, sowas in der Art. Die Größe, die ziehe ich jetzt hier auf den Wert 0 runter. Und ihr seht schon, wenn ich das Ganze nach links ziehe, also auf den Wert 0, dann bekomme ich von außen nochmal zusätzlich so einen leichten weißen Schleier ins Bild reingezogen. In den erweiterten Einstellungen werde ich auch an der Rundheit noch so ein bisschen arbeiten. Hier werden wir das Ganze auf einen ziemlich hohen Wert nach oben ziehen. Die weiche Kante, die geht hoch auf 100. Und die innere Helligkeit möchte ich auch nochmal so ein bisschen anpassen. Mittlerweile steht jetzt hier auch innen heller und kontrastreicher. Also, ihr seht, was passiert. Ich helle das Schloss jetzt auf. Also das, was ich jetzt hier im Bild natürlich hervorstechen lassen möchte, das kann ich jetzt mit der inneren Helligkeit entsprechend anpassen. Da ich den Mittelpunkt auch noch festlegen kann, könnte ich jetzt auch noch hergehen und könnte das Ganze hier verschieben. Wir können uns das mal anschauen, wenn ich das auf hier oben lege oder nach hier unten. Ihr seht, was passiert. Das Ganze bewegt sich nach links oder rechts, aber ich kann das Ganze auch einfach in der Mitte stehen lassen. So gefällt mir das ganz gut. Und dann kann ich die Vignettierung auch schon wieder zumachen und komme zum nächsten Filter. Das nächste, was ich jetzt machen möchte, ich möchte noch mehr Kreativität hier reinbringen. Ich finde, der Filter mystisch, bietet sich natürlich für ein Spukschloss bestens an. Hier werden wir die Menge auf einen ziemlich hohen Wert hochstellen. Ihr seht, schon was passiert. Das Ganze kriegt jetzt so einen leichten, ja fast unscharfen Schleier. Wir gehen auch hier sehr, sehr hoch. Wir nehmen hier einen Wert um die 90. Dann nehmen wir die Schatten, die werden wir ebenfalls hochziehen. Dadurch wird das ganze Bild jetzt wieder heller und das Ganze kriegt so einen ganz leichten, ja, Leuchteffekt, würde ich sagen. Ich würde sagen, das können wir hier so bei 80 stehen lassen. Das finde ich eigentlich ganz gut. Und wir werden das Ganze auch noch ein bisschen glätten. Hier nehmen wir allerdings einen Wert, der ist nicht ganz so hoch. Da reicht mir auch etwas um die 60. Einfärmen können wir das Ganze auch. Und hier möchte ich die Sättigung ein bisschen rausnehmen. Hier nehmen wir einen moderaten Wert. Und die Farbtemperatur, die möchte ich wieder zurück ins Blau bekommen. Und da würde ich sagen, sowas hier finde ich ganz, ganz interessant. Neben dem Mystisch passt natürlich auch Leuchten hier sehr gut. Hier würde ich allerdings sagen, nicht der sanfte Fokus, sondern Leuchten selber. Dann nehmen wir eine Menge. Die ist sehr moderat. Ihr seht, so viel passiert hier erstmal nicht. Wir können um die 20 einstellen. Und bei der Weichheit gehen wir einen Ticken runter. Die Helligkeit, die werden wir nach rechts ziehen. Dadurch wird das Ganze nochmal heller. Ihr seht, was passiert. Hier können wir ruhig einen hohen Wert einstellen. Sowas gefällt mir ganz gut. Der Kontrast ist hier von Haus aus auf 15 gestellt. Den lassen wir so. Und die Farbtemperatur können wir tatsächlich auch erstmal so lassen. Dann können wir Leuchten zumachen und haben jetzt nochmal die Möglichkeit, oben im Entwickeln-Filter nochmal ein paar Anpassungen durchzuführen. Die Belichtung würde ich so lassen. Den intelligenten Kontrast auch. Die Lichter würde ich an dieser Stelle nochmal so ein bisschen runterziehen. Ja, ich finde, da können wir auch schon ziemlich deutlich runtergehen. Sowas hier finde ich gar nicht so schlecht. Und die Schatten möchte ich natürlich an dieser Stelle nicht aufhellen, sondern auch eher... Na, gucken wir es uns mal an. Wow. Schauen wir mal in die andere Richtung. Ich würde sagen, wir können es tatsächlich hier aufgehellt lassen. Finde ich gar nicht so schlecht. Sowas hier gefällt mir eigentlich ganz gut. So, dann haben wir noch die Schwarz-Weiß-Töne. Die habe ich eben schon im ersten Entwickeln-Raw nicht genutzt. Die Kurve brauchen wir auch nicht mehr. Farben müssen wir auch nichts machen. Schärfen tun wir gleich nochmal. Optik brauchen wir nicht. Und dann können wir das Entwickeln-Tool zu machen. Und gehen nochmal in die Details. Hier machen wir die kleinen Details. Die mittleren Details etwas stärker. Und die großen Details gehen wir etwas vorsichtiger an. Schärfen mit unserem Standardwert nach. Maskieren das Ganze auch nochmal hier etwas höher. Dass wir nicht zu starkes Rauschen reinbekommen. Und dann können wir uns das Bild jetzt einmal so anschauen. Das ist das Vorher. Und jetzt dauert es einen Moment. Dann zeige ich euch jetzt das nachher. Und ich muss sagen, das gefällt mir verdammt gut. Das nächste, was ich jetzt noch machen möchte, ich möchte kleine Feinheiten hier rausnehmen. Zum Beispiel diese Tafel hier, die stört mich. Die können wir hier über das Radieren-Tool rausnehmen. So gucken wir mal, was jetzt passiert. Ob das gut aussieht. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Das hat er auch gut wegbekommen. Jetzt gucken wir mal, wie das Ganze hier aussieht mit den Personen. Dann machen wir mal den Pinsel etwas größer. Und dann gehen wir mal hier über dieses Kind drüber. Und sagen, auch hier radieren. Ja, das sah doch schon mal ganz gut aus. Nehmen wir das nochmal weg. So gefällt mir das ganz gut. Gut, dann nehmen wir hier auch noch diese Person, die hier hinter dem Busch ist, raus. Radieren. Das sieht auch gut aus. Und dann schauen wir mal, ob er hier diese Person mit diesem gestreiften Pullover wegbekommt. Oh, da hat er jetzt natürlich einen Fehler gemacht. Er hat jetzt die Frau genommen, die daneben steht. Und dann machen wir das nochmal. Das sieht besser aus. Schauen wir mal, was er jetzt macht. Und dann klicke ich nochmal hier drauf, damit diese beiden Blumen nicht direkt nebeneinander sind. Dass er da vielleicht was anderes macht. Das wird sicherlich nicht auffallen, wenn wir jetzt zurückgehen. Wir sind bei fast 100%. Und dann gehe ich mal an den Bildschirm anpassen. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze aussieht, wenn das jetzt scharf dargestellt wird. Machen das Radieren jetzt mal zu. Und ich muss sagen, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Gucken wir uns mal das vorher. So bin ich ins Bild reingegangen. Und dann das nachher an. Und ich muss sagen, das gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Ich hoffe, dass dir dieses Halloween Special gefallen hat und dass es vielleicht auch eine kleine Anregung gewesen ist, um deine eigenen Bilder von Schlössern vielleicht zu einem Spukschloss umzufunktionieren. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Bist du neu auf dem Kanal, würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen. Hast du Interesse an noch mehr Tutorials rund um Lumina Neo, dann kann ich dir meine Playlist Lumina Neo empfehlen. Die findest du in der Videobeschreibung, in der Infobox und natürlich auch in der Endcard. Da ist mittlerweile eine riesige Anzahl von Tutorials zu den einzelnen Filtern oder Bildbearbeitungen in Lumina Neo vorhanden. Und da ist mit Sicherheit auch das ein oder andere interessante Video für dich mit dabei. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, du guckst beim nächsten Video auch wieder rein und wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend oder einen guten Morgen. Und ich würde mich natürlich riesig freuen, dich beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, macht's gut, euer Björn. Ciao.